Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie bei Maischberger am 10.12. über die AfD nach den Landtagswahlen berichtet oder nicht berichtet wurde. Über die Vorfälle um Tino Chrupalla und Ades Weidel wurde gar nichts berichtet und Günther Jauch hat die AfD wieder besseren Wissens massiv verunglimpft. Es gibt eine Partei, über die wir unbedingt noch reden müssen, weil sie Grund hat zur Freude. Das ist die AfD, zweitstärkste Partei in Hessen und drittstärkste Partei in Bayern. Die Union sagt, wir koalieren nicht, wir arbeiten nicht zusammen. Das ist die sogenannte Brandmauer. Alice Weidel, die Chefin der AfD, glaubt aber nicht, dass die noch lange bestehen wird. Ich werde Ihnen aber prophezeien, dadurch, dass wir stärkste Kraft in Ostdeutschland sind, wird man im nächsten Jahr, wenn wir drei Landtagswahlen in Ostdeutschland haben, nicht mehr an uns vorbeikommen. Und man muss die AfD bei der Regierungsbeteiligung mit einbeziehen. Frau Dohan, kommt die Union irgendwann an der AfD mit Regierungsbeteiligung nicht mehr vorbei? Ich würde doch mal erwarten, dass die Union genauso wie alle anderen demokratischen Parteien in diesem Land auch alles tun, was ihnen in der Macht liegt, dass sie eben doch daran vorbeikommt. Das ist doch kein, das ist ja kein Automatismus. Natürlich zeigen das alle Trends und natürlich muss man mit solchen Szenarien arbeiten und wenn die Zahlen so sind, dann sind sie so. Aber allein das Abschneiden der AfD, jetzt auch in Hessen und in Bayern, zeigt uns doch, dass bisher die Methoden, die gewählt worden sind, die Konzepte, die gewählt worden sind, falls es denn jemals welche gab, um gegen eine Partei wie die AfD, die zum Teil gesichert rechtsextrem ist, dass die nicht funktionieren. Und ich arbeite von einem demokratischen Deutschland, von der Wirtschaft, der Gesellschaft, aber eben in allererster Linie auch von der Politik, dass sie das einfach nicht zulässt und diese Partei wieder kleinkriegt. Und dennoch wird sie, Frau Ammann, also in allen Umfragen und nächstes Jahr wird eben in den drei ostdeutschen Bundesländern gewählt, ist sie die stärkste Partei. Und es könnte sein, dass in Sachsen, wenn nur drei Parteien im Landtag sind, davon die stärkste, die AfD und es kann keine Regierung gebildet werden, ohne dass man in irgendeiner Form einander kooperiert. Das können Sie ihn ja nachher mal fragen. Was meinen Sie denn, was passieren wird? Ich weiß keine Antwort, was man in diesem speziellen Szenario machen soll, ehrlich gesagt. Weil Neuwahlen gehen eigentlich nicht. Das kommt auch beim Wähler dann an, wie wir korrigieren jetzt euer Wahlergebnis. Tolerieren geht auch nicht. Es ist wirklich, ich weiß es nicht. Und ich finde bei diesen Wahlen, was für mich die Erkenntnis war jetzt im Westen, dass da eigentlich die Brandmauer schon gefallen ist. Nämlich die Brandmauer zwischen der AfD und der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft. Also als ich noch über die AfD berichtet habe, war es immer so, im Osten hat sie gewaltige Erfolge eingefahren, also für ihre Verhältnisse immer mehr. Und im Westen gab es immer noch so ein, wie soll man sagen, Widerstandseffekte oder es gab so eine Art Immunität gegen rechtsextremes oder auch rechtspopulistisches Gedankengut. Und dieses Mal ist diese Scheu gefallen. Es gibt ja diese Umfrage, diese Berüchtigte mittlerweile. 80 Prozent der AfD-Wähler in Bayern sagen, es ist uns egal, ob es eine rechtsextreme Partei ist oder in Teilen rechtsextreme Partei ist. Wir wählen sie trotzdem, wenn sie die richtigen Themen anspricht. Und das ist für mich die Wende oder der Tabubruch bei dieser Wahl. Aber ich denke, wenn es gelänge, dieses zentrale Thema der AfD, die Migration, wenn es gelänge, das abzuräumen, dann wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Und dann verliert sie, glaube ich, sehr viel von ihrer Attraktivität. Denn auf allen anderen Feldern, glaube ich, muss man schon sehr wohlmeinend sein, wenn man überhaupt auch noch eine Restkompetenz der AfD unterstellen würde. Da ist ziemlich wenig. Bis zur nächsten Landtagswahl in Osten ist das schwer abzuräumen. Dafür ist der Zeitraum schon sehr. Das wird nicht gelingen. Aber wir haben ja jetzt mal noch ein bisschen weiter gedacht, glaube ich. Ich frage mich auch, ob das so klug ist, diese Begrifflichkeiten so zu wählen, wie wir es tun, von wegen Brandmauer etc. Ich würde nicht sagen, dass die Brandmauer schon vor ein paar Jahren gefallen ist. Ich würde sagen, die hat es nie gegeben. Das Problem ist doch nicht die AfD. Das Problem ist, dass es einen gewissen Anteil in dieser Gesellschaft gibt, übrigens in vielen Gesellschaften, da steht Deutschland nicht alleine da, wo es eine Neigung zu rechtsautoritären Ideologien gibt. Und die AfD ist jetzt gerade eine, die das relativ gut kanalisieren kann. Deswegen würde ich sagen, das war noch nie ein ostdeutsches Problem. Das war schon immer ein gesamtdeutsches Problem. Das Gedankengut hat es schon immer gegeben. Und jetzt sind die Tabus gefallen. Und in der AfD findet sie jetzt sozusagen ihre Partei. Gut. Und trotzdem, über Ostdeutschland, das würde ich gerne ganz kurz wissen, also wenn man jetzt über die Wahlen im nächsten Jahr hinaus denkt und trotzdem sich überlegt, was ist denn dann besser? Also immer zu sagen, mit dieser Partei auf keinen Fall oder dann doch einen Weg finden, mit einer dann demokratisch gewählten Partei zusammenzugehen? Herr Jauch? Ich denke, das Konzept müsste immer aus dem Positiven herauskommen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich hier. Aber das ist mir wirklich ein total wichtiges Anliegen zu sagen, dieses sich Argumente oder Konzepte gegen die zu überlegen, muss ja scheitern. Sondern man muss den Wählern ein Angebot machen, das sie überzeugt. Also, dass die den Eindruck haben, okay, es lohnt sich, es lohnt sich, die anderen Parteien zu wählen. Sonst ist man gescheitert. Weil es gibt ja auch diese Umfrage, dass die AfD, jetzt viel mehr AfD-Anhänger auch tatsächlich an die Problemlösungskompetenz dieser Partei, glauben Sie, hatten es kurz erwähnt. Das war früher immer so, dass die Leute AfD gewählt haben oder die Wahlanalysen sagen, aus Protest. Und egal, ob die nichts wollen, einfach nur das Signal setzen. Und jetzt denken sie, die können die Probleme lösen. Oder denken mehr Leute. Und das ist, glaube ich, das Problem. Sie denken natürlich, wenn die in Anführungsstrichen etablierten Parteien nicht mal ansatzweise in der Lage sind, meine Probleme zu lösen, dann ist mir jeder andere erst mal recht. Dann soll der es doch einfach mal probieren. Und deswegen denke ich, wenn vor allen Dingen das Thema Migration von den etablierten Parteien in den Griff zu bekommen wäre, und das muss doch meiner Ansicht nach gelingen, es gelingt ja anderen Demokratien um uns herum, auch ohne, dass man sagt, da wird also menschenverachtend operiert, dann denke ich, dass man der AfD schon einiges an Boden entzieht. Erst nach 15 Minuten ging es überhaupt um die AfD. Also eine Viertelstunde hat man über die Landtagswahlen geredet, über die Aussichten, und es ging nur um CDU, CSU, um die Ampel und so weiter und so fort. Eine Viertelstunde. Erreicht wird damit, dass die AfD den Leuten nicht so wichtig vorkommt und dass sie sich weniger dafür interessieren, als dass sie weniger im Internet nach Originaltönen suchen. Es ging dann sechs Minuten um die AfD und über die Vorfälle von Tino Coppola und alles Weidel ging es überhaupt nicht. Es gab auf Tino Coppola einen Anschlag, das war von Anfang an klar. Es gab einen Blutfleck und es gab eine Einstichwunde, aber die Polizei hat sofort die Kleidung konfessiert. Die Polizei wusste, dass es einen Blutfleck gab und über die Medien wurde aber nur kommuniziert, dass im Blut nichts gefunden wurde. Und hierbei ist natürlich vollkommen klar, dass man sich hier die Bälle hin und her spielt, dass sozusagen den Medien eine Ausrede geschaffen wird, nicht darüber zu berichten, weil die Polizei ja es nicht weitergegeben hat mit dem Blutfleck. Und der Blutfleck ist ganz entscheidend, weil damit würde jedes Alibi fallen, das Thema nicht stärker zu behandeln. So aber wurde auf Zeit gespielt, es vergingen einige Tage und jetzt wird mit Israel völlig davon abgelenkt, was hier passiert ist. Es wurde dann ein Ausschnitt mit Alice Weidel gezeigt, in der sie gesagt hat, die Brandmauer würde fallen. Und aus meiner Sicht ist es kein Zufall, dass genau dieser Ausschnitt ausgewählt wurde, weil er aus Mediensicht einige Vorteile bietet. Wenn die AfD mit der CDU koalieren will, was ja Alice Weidel hier zum Ausdruck gebracht hat, dann wird der CDU-Berechtigung eingeräumt. Und aus meiner Sicht, das ist zu einem gewissen Grad Täuschung der Öffentlichkeit, weil die CDU unter Friedrich Merz, sie setzt konsequent US-Geostrategie um. Und damit ist sie eigentlich nicht kompatibel für eine Koalition mit der AfD. Aus meiner Sicht, die AfD sollte auf Sieg setzen. Vor allem in Ostdeutschland ist es sehr gut möglich, dass man die CDU nicht braucht. Und deswegen sollte man es aus meiner Sicht gar nicht thematisieren. Man stellt fest, dass man für eine Koalition bereitsteht, aber aus meiner Sicht, man sollte da nicht so fordernd sein, weil es nur der CDU nützt. Es schadet der AfD, weil der CDU wird Berechtigung eingeräumt und die CDU framet die AfD maximal negativ. Also als rechtsextrem, als unmöglich, als Bodensatz der Gesellschaft. Psychologisch ist es also ungünstig, wenn man der CDU, wenn man diesen Leuten Berechtigung einräumt, indem man mit ihnen koalieren möchte und das zum Ausdruck bringt. Es bestärkt das Framing gegen die AfD. Dem war sich alles Weile wahrscheinlich nicht bewusst, aber aus meiner Sicht, dem sollten sich alle AfD-Politiker klar sein, wenn sie stark eine Koalition mit der CDU vorrahmen. Es wurde weiter die Behauptung in den Raum gestellt, die AfD sei gesichert rechtsextrem. Von Maischberger kam kein Widerspruch. Und es wurde auch nicht näher erläutert, wer das gesagt hat, weil das ist natürlich eine ganz starke Aussage. Dahinter steht aber tatsächlich gar nichts. Dahinter steht allein der Verfassungsschutz, der aber politisch beeinflusst ist. Und das ist keine Behauptung, das ist faktisch so. Was aber die Leute nicht wissen, sondern die Leute denken fälschlicherweise, der Verfassungsschutz ist eine unabhängige Instanz. Was er de facto nicht ist. Das wird aber suggeriert. Der thüringische Verfassungsschutzpräsident Kramer ist nicht mal Jurist und wurde von Ramelow eingesetzt. Das heißt, das Personal im Verfassungsschutz ist politisch abhängig. Auf das Urteil kann man überhaupt nichts geben. Aber das verstehen die Leute nicht. Die Begründungen bestehen darin, zu versuchen, den Leuten das Wort im Mund umzudrehen. Mehr ist da nicht dahinter. Es ist reinkonstruiert und soll nur die Leute abschrecken, in die AfD einzutreten und auch sie zu wählen, um sich mit ihr aufeinanderzusetzen. Die Öffentlich-Rechtlichen verfehlen ihren Auftrag, indem sie den Hintergrund des Verfassungsschutzes hier nicht klarstellen, sondern die Suggestion unterstützen, die AfD sei gesichert rechtsextrem. Das sei sozusagen ein juristischer Befund. Das sei unzweifelhaft. Zuletzt kommt nun Günther Jauch. Und aus meiner Sicht, das ist wirklich entsetzlich. Und man fragt sich, was das für ein Mensch ist. Also Günther Jauch hat das materiell ganz sicher nicht nötig. Und sehr wahrscheinlich wird er gut bezahlt, aber trotzdem hat er es materiell nicht nötig, sowas zu machen. Und er hat hohe Glaubwürdigkeit, weil er ist beliebt in der Bevölkerung. Er hat diese Quiz-Show, Wer wird Millionär geleitet, aber auch ganz viele andere Shows. Er ist in der Bevölkerung sehr beliebt und sehr bekannt. Und wenn er sagt, die AfD, sie hätte nichts zu bieten, die Leute glauben das. Und es ist aber vollkommen offensichtlich, dass Günther Jauch lügt. Weil die AfD hat ein ausgefalltes Parteiprogramm, womit sie auch im Wahlkampf 2021 nicht dran zu kriegen waren. Die Öffentlich-Rechtlichen. Sie haben alles versucht. Es hat nicht geklappt. Und vor allen Dingen hat die AfD jüngst auch ein 10-Punkte-Sofort-Programm veröffentlicht. Wo sie ganz klar gezeigt hat, was sie machen will, wenn sie jetzt an der Regierung wäre. Auf diesen 10-Punkte-Sofort-Plan wurde überhaupt nicht eingegangen. Sondern es wurde einfach gesagt, die AfD kann nichts, sie hat nichts zu bieten. Und das wurde dann als feststehend so abgehackt. Und hier zeigt sich aus meiner Sicht wieder, dass kein Weg daran vorbeiführt, gegen die Medien zu kämpfen. Also wirklich zu versuchen, dass man nicht versucht, in dieses System reinzukommen, dieses System in Anführungszeichen, um mit den Medien irgendwie klar zu kommen. Sondern es hilft nichts anderes, als zu versuchen, die Leute davon wegzubekommen. Also keine Kooperation. Nicht versuchen, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Versuchen, auf irgendwas zu verzichten, zu sagen, um dann vielleicht in die Show eingeladen zu werden. Und so weiter. Weil der Preis ist zu hoch. Man büßt Glaubwürdigkeit ein. Man täuscht damit die Öffentlichkeit. Wenn man beispielsweise zu Ukraine schweigt, wichtige Dinge nicht sagt, wenn die Leute denken dann, wenn die AfD es nicht sagt, dann ist da nichts bei allen wichtigen Themen. Und ja, das ist eine Katastrophe. War auch schon in der Vergangenheit katastrophal. Es hat der AfD nichts gebracht. Die Öffentlich-Rechtlichen hatten ja zum Teil keine Wahlseher einzuladen, um die Täuschung aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen werden die AfD zu wenigen Anlässen weiterhin einladen. Damit die Leute das Gefühl haben, es ist alles in Ordnung. Das müssen sie tun. Da sind aber die Medien in der Zwangshaltung, in der Zwangslage. Das ist kein Zugehen auf die AfD. Sondern bei der Berichterstattung oder auch um Interviews, wenn es um Interviews mit der AfD geht, dann dient das nur dazu, der Bevölkerung zu suggerieren, es ist alles in Ordnung. Wir haben hier eine funktionierende Demokratie. Die AfD kommt auch zu Wort. Jetzt hier hört ihr die AfD. Jetzt wisst ihr über die AfD Bescheid. Jetzt müsst ihr euch nicht mehr dafür interessieren. Müsst ihr nicht nach Rothönen suchen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Medienauftritte in der Öffentlich-Rechtlichen auch sättigen. Dass sie die Leute davon abhalten können, alternative Medien zu konsumieren. Was ganz wichtig wäre. Es wäre für die großen Medien eben, es wäre nicht das Maximum, über die AfD gar nichts zu berichten, weil die Leute dann im Internet nach O-Tönen suchen würden. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Medien machen jetzt keinen Kompromiss. Sie gehen nicht auf die AfD zu, sondern sie versuchen trickreich, die AfD maximal zu bekämpfen. Und so Interviews und ein scheinbares auf die AfD zugehen, man macht mal ein Interview, das liegt nur dazu, die Leute davon abzuhalten, ins Internet zu gehen. Selbstständig. Und auf irgendwelche Weise, also wie sie es bei Günther Jauch geschafft haben, oder es fragt sich auch, was Günther Jauch für ein Mensch ist, werden sie es effektiv schaffen, die AfD negativ zu framen. Weil jeder, der Günther Jauch kennt und die AfD nicht kennt, der wird erstmal Günther Jauch glauben. Und wird sich denken, ja gut, wenn es der Günther Jauch sagt, der hat ja keinen Grund zu täuschen, der ist auch nicht käuflich, der hat was weiß ich wie viel Geld, der kann das ja freiwillig sagen. Also ich verstehe es auch nicht, warum Günther Jauch das macht. Aber das ist auch egal, weil wir wissen, das stimmt nicht, wir kennen das 10-Punkte-Sofort-Programm, wir kennen das Programm der AfD, wir wissen, dass Günther Jauch lügt. Aber das wissen die normalen Leute nicht. Und solche Kronzeugen, in Anführungszeichen, es wird den Medien immer wieder gelingen, solche Leute aufzurufen. Weshalb sich umso mehr die Dringlichkeit zeigt, die Leute unbedingt weg von den großen Medien zu bringen. Und man alles dafür tun muss, die Leute davon wegzubringen. Die AfD kann niemals groß werden, niemals, wenn die Leute die großen Medien konsumieren. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was es sonst einfällt. Macht's gut.